Eklat! Halt noch, Kleiner. Was is los? Dass du einfach nur ein Arschloch bist. Sag mal, bist du nicht deppert? Nein, ich bin nicht deppert. Du bist ein Arschloch. Du behandelst jede Frau, wie du den grästen trägst. Bleib ruhig! Was soll man nicht reifen? Komm her, du Arschloch! Was is jetzt in dir?